Ich würde jetzt an Alexander Ritzmann übergeben und wir gucken uns dann auch noch mal die internationalen Netzwerke etwas intensiver an. Ja, vielen Dank, Fabian. Mein Fokus liegt, wie gerade gesagt, auf der internationalen Dimension, aber es gibt natürlich starke Deutschlandbezüge. Das ist ein Waffenfund aus dem Sommer letzten Jahres in Österreich, der doch sehr beeindruckend war in der Dimension, also was die Menge der Waffen anging, aber eigentlich eingebettet war in eine Serie von Festnahmen, Ermittlungsverfahren und Waffenfunden, die auch einige Zeit zurückgehen. Aber dazu wird auch meine Kollegin noch einiges sagen. Hier ist einfach nur der Punkt, dass es transnationale, also grenzüberschreitende Zusammenarbeiten gibt zwischen verschiedenen Akteuren im Bereich organisierte Kriminalität und Rechtsextremismus. Und die Herausforderung ist dann herauszufinden, was genau war Sinn und Zweck der Kooperation? Ging es einfach nur ums Geldverdienen? Geht es darum, Kräfte zu bündeln oder was steckt genau dahinter? Und was da natürlich einfällt oder sich aufdrängt, ist die Bruderschaft Thüringen, die sogenannten Thuronen. Das ist eine Struktur, die seit den 90er Jahren sich in Thüringen umtreibt, damals im Umfeld Thüringer Heimatschutz. Bereits in den 90er Jahren gab es zum Beispiel einen Überfall auf einen Geldtransport, mit dem dann sozusagen ein Bordell finanziert wurde aus dem Umfeld Thüringer Heimatschutz. Und manche der heute, die gerade verurteilt wurden wegen Drogenhandel der Schlüsselpersonen, sind auch seit den 90er Jahren hier aktiv. Also hier, das ist eine Organisation, die politisch motivierte Straftaten begangen hat, finanziell motivierte Straftaten begangen hat und international, insbesondere in die Schweiz und nach Österreich, sehr stark vernetzt ist. Und wenn man sich dieses Themenfeld anschaut, Fabian hatte das schon angesprochen, da gibt es nicht viel Publikationen, da gibt es nicht viel Forschung, da gibt es nicht viel Berichterstattung drüber. Und ein Grund könnte darin liegen, dass natürlich Behörden und auch die Forschung auf eine Art und Weise, also wir alle, ich auch, uns erstmal das anschauen, was nahe liegt. Und hier dieser Cartoon soll das ein bisschen abbilden, bei der, also nachts ist jemand auf der Suche nach seinem Geldbeutel und unter einer Straßenlaterne und ein Polizist kommt vorbei und fragt, haben Sie hier Ihren Geldbeutel verloren? Und die Person sagt, nee, aber hier ist das Licht, hier kann ich gucken. Also mit welcher Brille schaue ich ein Phänomen, mit welchem Auftrag schaue ich mir ein Strafverfahren an? Das ist auf jeden Fall ganz, ganz prägend für das, was man dann auch sieht an Mustern, an Strategien und an Schlüsselakteuren. Wir sind im letzten Jahr vom Auswärtigen Amt beauftragt worden, also das Counter Extremism Project, eine länderübergreifende Studie zu erstellen, um mal eben Verbindungen zu untersuchen zwischen gewaltorientierten rechtsextremen und rechtsextremen Terrorismus und organisierter Kriminalität. Und Aufhänger war, dass in unserer vorherigen Arbeit, wir machen das auch schon eine ganze Weile, schauen uns auch grenzüberschreitende rechtsextreme Netzwerke an, immer wieder Fälle aufgetaucht sind, wo es um Drogenhandel ging und andere organisierte Kriminalität. Also so Brotkrumen haben wir überall gefunden und haben dann mal vorgeschlagen, das als Ganzes mal aufzubereiten und zu untersuchen. Und da sind jetzt einige Länder, die wir uns angeguckt haben und da gibt es einige Ergebnisse, die ich jetzt kurz mal vorstellen möchte. Also es gibt eine Vielzahl von gewaltorientierten rechtsextremen Personen und Einzel- und Gruppen in Europa und in den USA, die Verbindungen zum Bereich OK, organisierte Kriminalität haben oder auch in beiden Bereichen parallel aktiv sind. Sehr viel damit hat natürlich auch grenzüberschreitende Dimensionen, gerade wenn es um Drogenhandel geht, jenseits von Cannabis, der zum Teil hier ja auch illegalerweise angebaut wird. Aber auch das wird zum Teil eingeführt, importiert, Crystal Meth, Heroin, MDMA und Ähnliches. Hier gibt es auch viele parallele Mitgliedschaften, wo also Menschen mit rechtsextremen Hintergrund auch Teil einer Gruppierung sind, die sich eigentlich auf finanziell motivierte Straftaten konzentriert. Und da spielen natürlich die sogenannten Biker, dazu sagt die Kollegin gleich noch was, eine große, große Rolle, auch im Bereich Fußball-Hooligan-Strukturen haben wir da einiges gefunden. Und in den USA gibt es diese ausgeprägte Infrastruktur von sogenannten White Supremacist Prison Gangs, also Aryan Nation und andere, wo also eigentlich nur durchrotiert wird zwischen Gefängnisstrafen und dann wieder Tätigkeit außerhalb des Gefängnisses im Bereich Drogenhandel zum Beispiel und andere Formen auch von Gewaltkriminalität, politisch motiviert oder finanziell motiviert. Und besonders aufgefallen sind uns in der Studie eben Aktivitäten in Deutschland, Österreich, Polen, Schweden und den USA. Wie bilden die sich ab, diese Arten der Zusammenarbeit? Also die sind vielfältig und die variieren natürlich und ganz klar, das eine ist Versorgung, Belieferung, also OK-Gruppen liefern etwas an Rechtsextreme. Hier ist zum Beispiel ein Mitglied der Berliner Bandidos, der gerade noch vor Gericht steht dafür, dass er den besagten Turonen Crystal Meth geliefert haben soll. Dann haben wir Personen, die parallel Mitglied sind in verschiedenen Organisationen im Bereich Rechtsextremismus und im Bereich OK. Diese Person habe ich, das Foto habe ich gewählt, weil der so freizügig seine Mitgliedschaften sich auf die Brust tätowiert hat. Also diese Person, das ist der Chef eines Bandidos-Chapters, das verboten ist, aber bis vor kurzem war er dort aktiv, der ist gleichzeitig Mitglied einer Fußball-Hooligan-Organisation und der ist gleichzeitig Mitglied oder Anführer einer rechtsextremen Bürgerwehr, die Stähler Jungs. Also hier ist das sozusagen als Sinnbild der Überschneidung und natürlich alle die genannten Organisationen, da gehört auch noch ein Kampfsportverein dazu, die helfen sich gegenseitig aus. Und dann gibt es hier Gruppierungen wie in Österreich, Objekt 21, das wurde nach der Adresse eines Bauernhofs benannt, in dem eine Organisation von österreichischen Neonazis über Jahre hinweg erst als sozusagen Muscle, als sozusagen Durchsetzer für organisierte Kriminalität gearbeitet haben, also Einschüchterungen, Bedrohungen, Gelder eingesammelt haben und dann allerdings selbst auch in OK eingestiegen sind. Und was hier wichtig ist, ist, dass dieses Objekt 21 wieder sehr enge Verbindungen zu den besagten Turonen hatte, Mitglieder der Turonen auch dort gewohnt haben und dort auch angeblich Mitglied waren. Das ist zehn Jahre her, aber dieser aktuelle Waffenfund, das Foto, das ich Ihnen vorhin gezeigt habe, aus dem Sommer letzten Jahres, da sind Teile dieser Herrschaften wieder beteiligt. Die sind mittlerweile Mitglied der Bandidos. Also man sieht, hier gibt es definitiv Netzwerke und wie gesagt, das ist nicht ausreichend erforscht bisher. Und dann gibt es eben Organisationen wie die Turonen, die ab 2019 entschieden haben, eben nicht nur Geld zu verdienen durch Konzerte und andere Tätigkeiten, sondern voll in den Bereich organisierte Kriminalität einzusteigen. Also dazu gehört dann vor allem Drogenhandel, aber auch Erpressung, Steuerhinterziehung und weitere Straftaten. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum, was sind denn die Anreize für diese Kooperationen zwischen Rechtsextremen und organisierter Kriminalität? Und natürlich, wie Fabian auch schon gesagt hat, gibt es erhebliche finanzielle Gewinne zu erzielen, das ist relevant. Man kann sich auch gut austauschen, was Strafverfolgungsbehörden, Strategien und Verfahren angeht. Man kann also voneinander lernen, wie man möglichst lange aus dem Gefängnis bleibt. Und eben der Wissenstransfer, weil wenn eine organisierte Gruppe im Bereich Rechtsextremismus jetzt anfängt, organisierte Kriminalität zu begehen und dann säckeweise Bargeld hat, kann man damit nicht mehr so einfach auf die Sparkasse gehen und sagen, ich möchte gerne 100.000 Euro in Bar einzahlen. Da müsste man dann nachweisen, woher das Geld kommt. Und deswegen ist Geldwäsche hier relevant. Also man lernt voneinander, die rechtsextremen Nazi-Mafia sozusagen lernt vom OK-Bereich, wie ich das Geld wasche. Das heißt, ihm den Anschein gebe, als hätte es einen legalen Hintergrund. Und auch die, man denkt jetzt, das wird auch in behördlichen Papieren immer wieder nach vorne gestellt, dass diese Gruppierungen Rechtsextremen und OK nicht so gerne kooperieren, weil man das Risiko erhöhen würde, dann sozusagen aufzufliegen. Und das lässt sich jetzt nicht zwingend abbilden anhand der Fälle, die hier bekannt geworden sind. Darüber können wir dann gleich nochmal sprechen. Das soll das nochmal ein bisschen verdeutlichen. Hier ist der Fokus auf hybriden Gruppierungen wie den Turonen, die also rechtsextreme Bruderschaften sind und im Bereich OK aktiv sind. Die klassische OK-Mafia oder eben, wenn es wirklich Outlaw-Motorcycle-Gangs sind, also diese klassischen Bandidos sind ja auch nicht alle illegal, aber es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Fälle von Straftaten in dem Bereich. Die sind aktiv im Bereich von Drogenverkauf, Geldwäsche, Waffenhandel, Prostitution, Illegal und Erpressung. Aber man muss natürlich das Geld dann irgendwie auch eben waschen. Und wie mache ich das? Durch den Betrieb von Firmen, Sicherheitsfirmen, Gaststätten, Immobilien, Bordelle und so weiter. Und jetzt ist es allerdings so, dass es eben eine Reihe rechtsextremer Organisationen gibt, die genau das Gleiche macht. Also es sind die Turonen, dann haben wir die Kampfgemeinschaft Cottbus, wo es sehr starke Indizien gibt, dass die genau das Gleiche gemacht haben. Objekt 21 habe ich genannt. In Österreich und auch in Polen gibt es Gruppierungen, rechtsextreme Skinhead-Gruppen, die auch engagiert wurden von organisierter Kriminalität als Schläger, als Durchsetzer und dann allerdings die ganze Gruppe übernommen haben und in einigen Städten praktisch den Bereich organisierte Kriminalität mittlerweile leiten. Details dazu im genannten Bericht. Also der Zweck heiligt die Mittel hier. Diese Vorbehalte, die Rechtsextreme angeblich haben, mit OK zusammenzuarbeiten, die gibt es bei manchen Leuten natürlich, aber wir schauen uns hier die Fälle an, bei denen das nicht der Fall ist. Wenn man das nicht ausreichend würdigt, könnte man sozusagen verpassen, was hier los ist. Also falsche Risikoanalysen stellen. Das bezieht sich auch wieder auf Behördendokumente, die sagen, dass es immer nur Einzelfälle sind. Dass es hier eigentlich nichts zu sehen gibt. Dass es natürlich so ein paar Doppelmitgliedschaften gibt. Natürlich gibt es ein paar Fälle, aber das ist immer sozusagen im Einzelfall verhaftet. Und unser Bericht und andere Berichte legen den Schluss nahe, dass das möglicherweise nicht so ist. Was uns auch aufgefallen ist, dass es erhebliche Unterschiede gibt zwischen den untersuchten Ländern. Also in Deutschland gibt es 20, 30, 40 dokumentierte Fälle. In anderen Ländern findet man so gut wie gar nichts. Liegt das daran, dass in Deutschland das besonders einfach ist, diese Zusammenarbeit zu organisieren? Oder liegt es daran, dass es hier NGOs gibt und Medien und Sicherheitsbehörden, die da doch auch immer mal wieder reinschauen und das anderswo einfach nicht gesehen wird? Und meine Theorie, unsere Theorie ist eher, dass es anderweitig, also generell gibt es keine gezielten strategischen Ermittlungsverfahren, die wir kennen, um diese Zusammenarbeit mal aufzuhellen. Aber in den Ländern, in denen wir auch gar nichts finden konnten, haben wir den Eindruck, passiert noch weniger. Die Herausforderungen sind, dass wenn eine Neonazi-Gruppe mit Drogen handelt und dann wegen Drogenhandel verurteilt wird, sie in der Kriminalitätsstatistik nur als drogenhandelnde Organisation aufgeführt wird. Die wird also entpolitisiert. Es gibt keine statistische Kategorie, die zeigt, dass es eine Gruppierung oder Person gibt, die sowohl politisch motivierte Straftaten begeht, als auch finanziell motivierte. Da gibt es eine kleine Ausnahme im BKA-Bericht, Bundeskriminalamt zum Bereich OK, wo da so ein bisschen angedeutet wird, dass es sowas gibt. Aber generell kann das überhaupt nicht gesehen werden, weil diese Gruppierungen immer entweder oder eingetütet werden. Die Zuständigkeit, Silos, wir haben den Staatsschutz bei den Landeskriminalämtern, wir haben den Bereich für organisierte Kriminalität, die können in der Regel nicht zusammenarbeiten. Und das heißt, wenn so eine Gruppe identifiziert wird, Rechtsextreme dealen mit Drogen oder Waffen, dann übernimmt in der Regel der Bereich im LKA, der für organisierte Kriminalität zuständig ist. Und das hat Konsequenzen, darüber können wir sprechen. Es gibt mehrere Gerichtsverfahren, bei denen die Richter gesagt haben, dass nicht ordentlich ermittelt wurde. Auch weil die Expertinnen und Experten der Polizei für den Bereich OK natürlich nicht die Hintergrundkenntnisse und das Erfahrungswissen haben, wie der Bereich Rechtsextremismus organisiert ist. Also da gibt es mehrere Zitate, dass Rügen ausgesprochen wurden in Gerichtsverfahren. Und natürlich diese Tradition, alles als Einzelfall zu sehen, das ändert sich, auch in Deutschland. Man schaut jetzt mehr auf Netzwerke, aber da das noch nicht ganz umgesetzt ist, ist das natürlich auch eine Herausforderung. Und wir haben bisher keine Follow-the-Money-Strategie. Also wirklich zu gucken, diese Geldflüsse, die Fabian vorhin auch vorgestellt hat, mal weiter zu ermitteln als den einzelnen Anlass, den es gibt. Also vielleicht gibt es irgendwo eine Straftat und die Person betreibt gleichzeitig auch noch ein Unternehmen und ist Mitglied in einer gewaltorientierten, rechtsextremen Kameradschaft. Dann wird in der Regel nur diese Straftat sich angeschaut. Im Bereich organisierte Kriminalität gibt es das Mandat, Netzwerke aufzudecken und auch zu schauen, was machen die Leute denn sonst so noch, weil man eben nicht nur die kleinen Fische fangen möchte, sondern auch die großen Fische und die Netzwerke. Transnationale Verbindungen habe ich schon genannt, deswegen gehe ich da schnell durch. Und jetzt zum Schluss Handlungsempfehlungen. Es wäre sehr hilfreich, wenn es eine statistische Kategorie gäbe, die abbildet, wie häufig rechtsextreme Gruppierungen und Personen auch finanziell motivierte Straftaten begangen haben. Das ist im Moment, wie gesagt, nicht sichtbar in der Kriminalitätsstatistik. Weiterhin zu arbeiten, um von diesen Einzelfällen hin auf Netzwerke zu schauen. Es gibt nicht überall Netzwerke, aber man muss ja erstmal nach den Netzwerken suchen, um zu sehen, ob sie da sind. Der Aktionsplan gegen Rechtsextremismus des Bundesinnenministeriums im März letzten Jahres zeigt da in die richtige Richtung, man möchte also mehr auf Netzwerke schauen. Aber das ist natürlich noch nicht durchgängig implementiert und natürlich ist eigentlich die Strafverfolgung auch Ländersache. Und wie gesagt, follow the money, das, was wir im Bereich OK machen, das, was wir im Bereich islamistischer Extremismusbekämpfung zum Teil auch machen, dass man also schaut, wo kommen die Gelder her und was hängt mit was zusammen, das sollte implementiert werden. Basierend auf der Idee, dass man vor 100 Jahren in den USA die Mafia Al Capone ihn als sozusagen führendes Mitglied auch nicht dafür vor Gericht bekommen hat, die Morde, die er in Auftrag gegeben hat, sondern wegen Steuerhinterziehung. Also das ist alles im Rechtsstaat. Man nimmt nur ein anderes Werkzeug aus dem Werkzeugkasten oder setzt eine andere Brille auf. Es geht nicht darum, Befugnisse auszuweiten, sondern das Themenfeld anders zu bearbeiten. Und so könnte das dann aussehen, weil im Moment haben wir diese Zuständigkeitssilos. Es gibt also den Staatsschutz ganz links, dann gibt es den Bereich organisierte Kriminalität bei der Polizei, dann gibt es Staatsanwaltschaften, Finanzämter, Zoll und den Verfassungsschutz. Und alle gucken irgendwie so ein bisschen, aber jeder eben nur mit seiner Brille und seinem Werkzeug. Und wir schlagen eben deswegen vor, dass es so temporäre Arbeitsgruppen geben muss, Taskforces, die mal aufarbeiten pro Bundesland und natürlich ein Stück weit auch koordiniert auf Bundesebene, gibt es hier Strukturen jenseits dessen, was diese Einzelfälle zeigen oder eben nicht. Und das habe ich in einem Artikel zusammengefasst bei Zeit Online. Online, wenn Sie die Neonazi-Mafia googlen, finden Sie das ganz einfach. Wer Lust hat, sich das nochmal anzugucken, ohne die 100-Seiten-Studie zu lesen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017